Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Orcarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer, es geht wieder weiter. Ja, wir haben im letzten Part den Schattentempel fertig gemacht und ja, aktuell ist immer wieder so ein bisschen... Ja, wir könnten den Geister-Tempel machen, wir könnten den Wasser-Tempel machen, aber nur so ankratzen, weil wir nicht wüssten, wie weit wir eigentlich kommen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen erstmal was, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wir es abschließen können und das ist nämlich die Küste der Zoras. Da können wir ein bisschen was machen und zwar dachte ich da explizit an die Stelle, wo man sich mit dem Enderhaken hochziehen kann. Möglicherweise kommen wir da erstmal weiter. Genau, und außerdem könnten wir noch die Eier alle mal suchen. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger sein, weil wir die Felsenmaske noch nicht haben, aber trotzdem denke ich irgendwie, dass es das Richtige ist. Deswegen, ich gebe mir hier eben schnell mein Geld ab und dann würde ich loslegen. Dann sprühen wir die Zeit nochmal zurück und dann ziehen wir uns mit dem Enderhaken an den Stellen hoch. So, weg damit. Und dann machen wir einmal einen Reset. Schöner Hard-Reset. Los geht's. Genau. Ja, also ich meine halt da, wo wir uns hochziehen und normalerweise eigentlich die Biber wären, wo man das Rennen als Zora gegen die Biber macht, wo man eigentlich schon was bekommen kann. Da in dieser Höhle waren wir noch nicht. Deswegen, da sollten wir auf jeden Fall mal vorbeischnieken. So, dann gehe ich hier direkt wieder in den Langsam-Modus, damit unsere Zeit nicht so schnell verloren geht. Und ich glaube, ich hole mir gleich nochmal 500 Rubine. Einfach damit wir noch ein bisschen was auf Tasche haben, falls wir irgendwo was kaufen wollen. Dann würde ich mir unterwegs, glaube ich, auch noch ein Foto dann mitnehmen von so einer Piratin. Weil dann können wir uns dann auch noch den Typ wieder sichern, ne? Das Seepferdchen. So, aber jetzt nehmen wir erstmal ordentlich Kohle mit hier. Warum muss der denn auch immer mit mir labern? So, pass auf. Ich mache einfach 999. Fertig. Let's go. Ich habe doch eine 5000er-Tasche, oder? Da ist das doch egal. So, denn dann kann ich halt ordentlich einkaufen gehen. So, fertig. Ich rolle nochmal eben eine Runde durch die Büsche. Möchte mal ein paar Icons bekommen. Pfeile, Bomben. Grappelminen. Dö, dö, dö. So, perfekt. Habe ich ein bisschen noch auf Tasche. Die provisorische Runde quasi. Dö, 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 dö. And a happy new year. Bald können wir es singen, Leute. Bald können wir es wirklich singen hier. Bald ist es soweit. Aber wir können wirklich nur 99 Rubine tragen. Äh, 999. Ups. Na ja, egal. Ba, ba, ba. Ich dachte, ich habe eine 5000er-Tasche. Habe ich die in Ocarina of Time? Bin ich mir jetzt auch gerade gar nicht so sicher. So. Dann. Hä? Epona? Komm mal zu, mir geeilt. Meine junge Schnitte. Alter, was ist denn heute los? Ist ja voll der Fail-Part. Dö, 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 dö. Aber wir haben ja keinen Stress, Leute, ne? Wir gehen das ganz ruhig an hier. Sollte ich mir vielleicht auch mal ein bisschen zurufen, dann mache ich mir auch selber nicht so einen Stress. Dann wäre das auch eben beim Händler, beim Banker, nicht dreimal passiert. Vielleicht sogar fünfmal. Who knows? So, ich gehe mal ganz kurz zu Tingle. Gucken mal, ob der noch irgendwas zu verkaufen hat. Irgendwas Überteuertes. Aua. Aber ich will auch unbedingt endlich hier, äh, ne? Einen Teleporter. Das wäre auch so angenehm. Aber na ja. Man kann halt nicht alles haben. Wääää. Hi, Tingle. Was geht? So, jetzt. Keinen Stress machen. Ist ja immer so ewig labern müssen. So. Ach, genau. Ich kaufe mir einen Wupor. Ciao. Boah, warum habe ich jetzt 999 Rubine mitgenommen? War schon ziemlich sinnlos, ne? Oh, man. So, was hat man hier drinnen nochmal? Ach ja. Ach ja. Guck mal, hier können wir auch was machen. Ich erinnere mich. Da oben ist ja eine Kiste drauf. Ob es eine bedeutungsvolle Kiste war, weiß ich gar nicht mehr. Aber da war eine Kiste drauf. Dad I know. Ne, war keine bedeutungsvolle Kiste. Wahrscheinlich nur Geld. Mit der Wunde Erbse hätte ich da wahrscheinlich auch hochfliegen können. Ja. Und natürlich auch noch für Majors Mace. So, kack. Männö. Gut, aber ansonsten sind wir hier auch schon fertig. Ja, haben wir das aber wenigstens auch mal gemacht. Ah, in Unruhstadt haben wir auch eine Kiste, ne? Die wir noch erreichen können mit dem Enderhagen. Und ich glaube... Warte mal, bevor ich jetzt... Da hinten das Spiel müssen wir später auch noch machen. Da müssen wir aber erst das... Den Wassertempel abschließen. Guck mal, hier können wir auch noch was machen. Da können wir auch noch mal eben gucken. Das müsste doch gehen, ja. So, da haben wir auch ein Loch. Sehe ich gerade. Äh. Da hopse ich mal eben rein. Was haben wir denn hier? Waren wir auch noch nicht. Uh, sogar ein Ocarina of Time-Log. Da gibt es auch eine Skulti für. Sehr schön. Da packe ich doch mal meine Feuerfei... Achso, ne, packe ich nicht. Äh. Packe ich doch mal mein Dins Feuerinferno aus. Ja. Hier gibt es, glaube ich, eine Skulti. Wir haben eine Kuh. Das sind schon mal zwei Items. Genau, da hast du die Skulti. Hier ist, glaube ich, nix. Ich mach trotzdem noch mal kurz Dins Feuerentfernung. Okay, cool. Ja, Milchkrug. Zack. Hallo. Ho, 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 ho. So. Ach, Mann. Ein Rubin. Schade. Aber er hätte ja sein können, ne? Dass irgendwas Gutes dabei ist. So. Äh. Ne. Ist ja nix zum Hochziehen. Doch. Ich hätte wahrscheinlich nicht da runter springen dürfen, oder? Ah, doch. Müsste gehen. Ja. Hm, hm. Ah, hier brauche ich eine Wundererbse. Echt jetzt? Oder geht das auch anders bei dich? Boah, ich brauche hier echt eine Wundererbse. Och, Kotz. Nö. Hm. Hm. Hab ich grad nicht. Hab ich grad nicht. Menno. Ah, guck mal. Ich kann hier mal meine Klamotten ein bisschen wechseln, oder? Kann ich nicht? Doch, kann ich. Zack. Heh. Mal ein bisschen stylischer machen. Ja, das ist doof. Äh. In Ocarina of Time kriegt man die Wundererbsen. Na gut. Mach mal erstmal anders bei dich weiter, würde ich sagen. Okay. Dö, 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 dö. Ja, ziehen wir uns erstmal drüben auf der anderen Seite hoch. Ähm. Ansonsten würde ich dann erstmal in Ocarina of Time kurz reingehen. Ich weiß genau, wo ich die Wundererbse ganz schnell bekomme. Aber dann müssen wir halt wieder hier herlatschen. Das ist halt das Doofe. Aber, dann kann ich gleich, ähm, gerne eine Schatzkiste oben bei Unruhstadt noch mitnehmen. Die da oben auf dem Turm drauf steht. Da sollte man halt, wie gesagt, jetzt auch rankommen. Aua. Hm, hm, hm. Mh. So. Naja. Nervt man nicht hier. So, Enterhawken. Guck mal, da ist schon eine Sch... Oh, da ist sogar eine gelbe Kiste. Also eine goldene, also eine Triforce-Kiste. Ja. Sagt jetzt nix, Leute. Oh, Mann. So, äh. Würde gehen, aber komme ich da? Bin ich dann an der richtigen Stelle? Ich hoffe, das geht. Oh, ganz knapp. Geil. Schöne Kiste. Was haben wir da? Ah, eine Kuhmaske. Cool, da können wir dann auch schön reingehen. Abends und können uns da jetzt auch was Schönes kaufen. Muss man eigentlich direkt dann mal machen. Hm. Gab's hier nicht auch irgendwo Löcher? Wie soll ich denn da rüberkommen? Hm, hm. Hä, da komme ich von der Entfernung gar nicht hin. Ich glaube, ich hätte das auch anders machen müssen. Warte mal. Ich komme mal wieder hier runter. Dann ziehe ich mich von da nach da oben. Das müsste ja gehen, oder? Hä, haben wir einen Schaden. Was? Was war das denn? Hä? Einfach Schaden bekommen. Gab's hier nicht auch irgendwo Löcher? Ah, guck mal. Ist cool, die Kiste. 80. Token. Cool. So. Hm, hm. Okay. Hm, hm. Ja, sind wir bei der Höhle. Ansonsten gibt's hier erst mal nichts weiter. Gut, was haben wir denn hier? Ah, ein Shop. Ja, wenigstens können wir ein bisschen Geld ausgeben. Das ist doch was. Ja. Das nehmen wir mit. Und ansonsten für machen wir aus. Wir haben gerade eh zu viel Geld hier. Und das ist kein Upgrade, oder? Weiß ich nicht. Sieht irgendwie so groß aus. Gibt's hier Upgrades dafür? Hm. I'm not sure. Aber ich glaub, da würde dann nicht 10 Dekunüsse stehen. Okay. Cool. Dann hätten wir das schon mal. Ich weiß nicht, was sagt denn ihr? Da würde ich mir jetzt mal eben würde ich mal eben kurz zum Geistertempel gehen. Und würde mir eine Wundererbse holen. Zack. Ähm. Ja. So. Denn hier ploppt ja einer auf. Eine Wundererbse. Haben wir jetzt schon öfter gesehen. Ähm. Ähm. So. Erstmal Schluck Kaffee. Hm. So. Guck. Da ist sie. Die Wundererbse. Ich muss sie nur noch kriegen. Komm her. So. Blaues Elixir könnten wir uns auch noch mitnehmen. Wenn wir Bock haben. Fertig. So. Und dann können wir direkt wieder mit der Sonate des Lichts. Oder Kantate des Lichts. Kantate ist glaube ich Sonate. I don't know. Prälude of Light. Whatever. Hm. Und dann wieder zurück. Ah ne. Warte mal. Hier lang zurück. Er hat zumindest die Maske haben wir schon mal geholt. Ist doch schon mal ein Big Win für uns. So. Und ich hoffe dass da halt auch vielleicht noch was schönes liegt. So. Wie gesagt. Ah es ist erst am dritten Tag. Der Turm wird ja immer größer. Ich glaube am dritten Tag ist oben eine Kiste drauf. Stimmt. So war das. Da oben ist auch eine Kiste aber. Ich glaube die haben wir auch schon geholt. Right. Keine Ahnung. So. Und ein anderer Laden öffnet der auch erst gegen. 10 Uhr abends. I guess. Aber hier war ja auch die. Ah wo waren die originalen Milchbar wieder. Das habe ich schon wieder nicht im Kopf. Scheiße. Ah die war oben auf dem Berg ne. Ja die war oben auf dem Berg. Da brauchen wir das Auge der Wahrheit. Ach man. Ja wäre cool wenn wir das irgendwie hinkriegen. Aber. Ja die ist oben auf dem Berg. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder an den Strand. Strand ab. Epona. Meine Gute. Komm doch mal bitte zu mir. Ah ich habe irgendwie. Ein Frosch im Hals. Hört man vielleicht auch ein bisschen. Mh 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 mh. So dolle. Aber. Man muss schon sagen. Unser Item Bild. Füllt sich relativ gut. Es sind jetzt so ein paar. Grundlegende Dinge die uns noch fehlen. Aber alles in allem. Kommen wir sehr sehr gut voran. Wir haben noch viele offene Türen. Die wir. Begehen können. Ich bin sehr zufrieden. So. Weiter geht's. Mh mh mh. Mh mh mh. Ja und ich würde sagen. Danach gehen wir gleich in die Piratenfestung. Dann machen wir das. Jetzt als nächstes. Es wird jetzt der letzte Punkt den wir machen heute würde ich sagen. Da oben noch das. Item holen. Was immer da auch ist. Und dann machen wir Piratenfestung fertig. Im nächsten Part. Zack. Mh mh. So wir brauchen glaube ich noch. Eine Schüssel Wasser. Eine Bottle. A Bottle of Water. Aha. Wie das geht nicht. Warum? Was ist doch Wasser? Ich verarschen. Weil das Meereswasser ist oder wie? Kotzt mich das an. Echt jetzt? Na okay Leute. Ich mach mal kurz den Skip und hol Wasser. Bis gleich. Okay Leute. Vergesst es. Mir ist gerade aufgefallen. Wir können ja auch einfach den Song of Storm spielen. Das funktioniert ja auch. War gerade sinnlos von mir. So kann ich hier direkt rüber? Jo. Ja. Da müssen wir nicht extra jetzt nochmal was holen. Wir spielen einfach Song of Storm. Fertig aus. So einfach ist es. So. Erbse haben wir. Ja. Und. Dann ballern wir die da erstmal rein. Zack. Und dann einmal. Den Song of Storm hinterher. Denn damit sollte die Erbse eigentlich wachsen. Warum geht das nicht? Geht das nur in der 3DS Version? Ist das nur in der 3DS Version Ding? Was? Mann. Da muss ich ja doch nochmal los. Ach nö. Ah doch. Ich stand wahrscheinlich drauf. Alles klar. Ich war kurz verwirrt. Ganz kurz war ich verwirrt. Ah. Gott sei Dank. Ich hatte ein bisschen Bammel. Okay. Ich muss. Und hier muss ich jetzt noch die Vogelscheuche beschwören. Oder wie? Alter. Ist ja ein heidens Aufwand. Da hinzukommen. Meine Güte. So. Für den Rubin. Danke. Spiel. Danke für nix. Mann. Ach man Leute. Du kriegst wieder einen Schlag in die Fresse. Normalerweise liegt dein Herzteil. Aber ganz ehrlich. Brauchst du Wundererbse. Und dann auch hier die Vogelscheuche. Ist ja mega anstrengend. Mega belastend. Gut. Dann. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ein bisschen was haben wir bekommen. Kleinen Erfolg haben wir mitgenommen. In dieser Folge. Ähm. Ich würde sagen im nächsten Part. Ja. Im nächsten Part machen wir mal die Festung unsicher. Hoffen mal. Dass wir alle Eier bekommen. Und äh. Vor allem. Dass wir vielleicht noch ein paar Schätze bekommen hier drin. Wäre cool. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken. Kommentieren. Und beim nächsten Mal wieder einschalten. Zum Randomizer von Ocarina of Time. Und Majora's Mask. Tschüssi Leute. Tschüssi Leute. Tschüssi. los.